und weiter und nach der nächsten halben stunde meine pause sonst muss ich immer irgendwie ein ende finden was so ein bisschen zu einem ende passt verstehe ich nicht er ist so winzig er ist so riesig haut ihn eigentlich voll in die gredouille er dringt ihn ja zurück halt nur nicht bis dahin wie schaffe ich das warte mal die seerose geht ja auch nicht weiter hoch oder runter ok verstehe ich nicht ja wenn ihr ein tippt ein tippt wenn ihr einen tippt dann herrme jetzt gerade habe ich das gefühl ich habe irgendwie alles ausprobiert was ich ausprobieren kann damit passiert nichts wenn es kleiner ist passiert auch nichts bewegt sich halt trotzdem nicht ich dachte so ein bisschen ist vielleicht abzupassen dass wenn er in der luft ist ihn dann haut aber das ist super schwer abzupassen er macht aber wenn ich beide groß mache haut er sehr häufig zu aber nie wäre der spring ich kann ihn anbörden glaube ich ok ok also die machen wir kleiner die machen wir größer die sonne machen wir größer und jetzt facke ich ihn ab gleich ne da stehen stein im wasser ne leider nicht warte mal doch so noch hier kitzel kitzel krieger oder nicht ne kili 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 ok also mache ich das ding hier kleiner und kitzel dann neben hier und dann pustet er das ding runter nein tut er nicht niesen nochmal oder der nieder ist nicht strong genug das kann auch sein der hier muss jetzt größer sein und jetzt muss er nicht guck mal die nase ist auch richtig groß geworden guck mal die nase ist auch richtig groß geworden und jetzt ha ne ihn mache ich jetzt größer dann sinkt er mit ihm genau ja das ich komme aber nicht an das sirusenblatt dran dann sinkt doch alle oh der niese typ ist jetzt auch weg ich komme an die seerose nicht mehr ran vielleicht möchte ich ihn kleiner machen ja hier greifen wir mal weiter an mal weiter ha warte mal haha tschüss alter das ist kein problem und ich weiß das jetzt auch schon bei der sonne das heißt wenn ich gleich sehe dass wir irgendwo gebraucht hätten bombe könnte ich vielleicht damit anzünden Wir sind einfach echt schon da. Okay, sie muss leichter sein. Oh, ein Herz verloren. So, jetzt lau. Nee, ich schaffte das nicht. Die Dinger hier sind im Weg. Aber wenn beide klein sind, passt er da vielleicht durch. Ja. Oh, Mist. Musste wieder groß. Ja, machen wir. Lauf nochmal los. Ja, ja. Ja, komm jetzt. Lauf einfach. So, kleiner. Dann halte ich die Schmollerei. Okay. Bam! Ich freue mich so darauf, das Rückwärtser zu spielen. Michael Bay oder so eine Einpackung? Oder was hat er gesagt? Nicht hingesehen, nicht hingehört. Die heißt auch nur Prinzessin. Ja. 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 Dann machen wir mal Worth hier. Ach, das passt schon. Noch mehr Schlag. Bis einer da rauf fällt auf den anderen Schalter. Es ist so still. Okay. Du hast entschieden, die Erlöse zu erlösen. Die Erlöse zu erlösen. Das war ein guter Ding. Das war ein guter Ding. Das war ein guter Ding. Ich denke mal. Seidens Leute drohen. Das war eine Schlange grün. Ich mache ihn, Löt. Die Schlange groß. Ich mache ihn. Ich mache hier auch mal einen Hüpfer. Sodass er den Schalter nicht auslöst. Und jetzt lauf los. Haha. Das macht alles der Hell. Did you notice anything in the room? Hahaha. Scheiße. Scheiße. Gut. Ich weiß, was ich machen muss. Jetzt kommt das. I think it's probably coming from the sewer. Oh come on. A big guy like you. Besides. It's not completely dark. You can see a little bit. There's a locked bus door. A switch. A pause button. Uh oh. No, that one's fine. Alright. Hold still. I will light the way for you. User. Can you light the way for him? Komm, chill. You did it. You are a real remote. Now rush I'm going through. What. 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 Na, du Stänker, Heini. Ne, du Stänker ist hier wieder hoch. Noch mehr Scheide. Ja, was? Gut. Aha. 1, 2, 3, 4, aber die sind halt so angeordnet Ich weiß nicht was da vorne 1 ist Ich weiß die Kombination Achso, warte ich mach das mal so Denn wenn das der ist, müsste der untere 2 sein Okay Müsste das 3 sein, der rechte Doch nicht 1, 2, 3, 4, ja ich weiß halt nicht wo ich anfangen soll, das ist 1, er ist als erstes auf den hier rauf gegangen Weil die Steine sehen an sich gleich aus Ich fang einfach mal hier mit 1 an Oh Ist das 2 Denn Ist der obere 3 Das kann aber auch sein, weil es kaputt ist Und die Steine auch kaputt sind, dass es genau umgekehrt ist Das heißt 4 wäre jetzt Nummer 1 Mach ich mal so Ah ne, jetzt hab ich es falsch nochmal Guck mal Hm, alle größer ich Oder kleiner Wenn das kleiner ist, dann traut er sich da vielleicht nicht mehr Ha Okay Ach guck mal Okay, dieses Symbol Was ist das? Guck mal ob ich die Das sind Käfer, sag ich jetzt Käfer Also dieses E ist 1 Ähm Keine Ahnung Da kann ich irgendwie überhaupt nichts so sehen Das ist dann 2 Dann kommt Käfer 3 Und das letzte Ist dann Ja, das Das heißt auf E1 Ach ne, hier Scheiße Nicht rechtzeitig Ach, da hätte ich jetzt drauf gemusst Dann Dann Käfer Und zum Schluss So Jetzt aber I did it Dank meiner Spezialtechnik diskutierenden Beharrungs Ich muss mal alle meine Klamotten kaputt machen. Das T-Shirt ist eh schon kaputt. Haha. Aber er hat ja jetzt Licht. Seinen Schlüssel leuchtet ja. Das kann ja einfach so laufen. Bossfight. Ah, zu schänden. Meinen Teppich zu schänden. Alles klar. Ich bin wieder die Russische. Ich werde sonst gleich wieder herlaufen müssen. Okay, aber wenn ich das hier größer mache und die Flamme größer mache, kommt sie vielleicht nicht mehr durch. Sehr gut. Noch eine Flamme. Nice one. Okay. Oh, hier ist noch never. Oh. Gejengst. Achso, hüpfen. Dass er im richtigen Augenblick hüpft. Oh, komm schon. Hör mal auf jetzt, du Arsch. Hör doch mal auf. Du Nähskerl, ey. Komm, hör auf jetzt. Da ist was, siehste. Gut, wieder von vorne, wieder von vorne. Nicht auf meiner Maus. Blömer. Soweit, so gut. Kleine Bomben-Game. Okay. Okay. Spikes, watch out. The boss is stunned. Hero, hit him now. You're hardly doing him any damage. Hit him harder, damn it. Okay. Spikes, watch out. Nein. Oh, doch. Jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Komm, einen hit noch. Nee. Genau falsch rum. Ach. Ich nab. Das reicht nicht, ne? Doch. Platt gemacht, den neuen Hayopai. Jetzt will sie ihn gar nicht. Du bist drei Prinzessin, namenlose Prinzessin. Oh, danke, mein tapferer Befreier. Ich kenne dich nicht und doch liebe ich dich. Mysteriöser Ritter. Wow, already? Hahaha. Oh. 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 Ja, wie wäre es was sehr, sehr schönes? Moin. Bis Tokio. Da war ein Brief im Papierkorb beim Desktop am Anfang. Desktop. Geil, ich liebe dieses Game, es macht richtig Spaß. Aber nach dem Kapitel mache ich dann jetzt gleich eine Pause. Oh. Oh, ich wundere mich. Hands-off, ich bin nicht deine Lute. Ich warst ein Weg in Urtaus' Kast. Well, da ist es. At last. Mr. Glitch. Game. Get off my back once and for all. We just want to go home. Well, I don't. How will I stop you from following me? Let's see. Where is he going? Held, Prinzessin! Hero, Prinzessin! There, that will keep you busy for a while. What have you done? Who will do us for a small changes to get designed? I don't know, it's not ready for body stuff you do. I'm gonna love it. I will leave you now. I'm gonna go carry out my evil plan. What do you mean? I already told you. The plan that will let me... More sad. Ha 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 ha. We missed it again. Glech, what have you changed in this game? You will find out soon enough. Glech, what have you changed in this game? 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 Nein! Scheiße, Sammlung Person mit sogar Daten. Ja, das Stück. Scheiße, free-to-play-game, ey. Kacke. Hör mal die Kelle wieder hinzu, wenn keiner weg ist. Headface. Puh, ich konnte nur DNA-Sequenz. Mit Vergnügen, ja. Ach, herrlich, ich liebe dieses Game. So geil. Nein! Artikel 1. Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel seines Geldes wie möglich für kostenpflichtige Spielinhalte auszugeben, sein Erbe zu verschleudern und im Abenteuer blablabla blablabla blablabla. Artikel 5023 Preis. Heißt, der Spielzugang ist komplett gratis. Der User kann Ingame-Colfe tätigen, um seinen Fortschritt zu erleichtern. Dies ist jedoch absolut nicht verpflichtend, da das Spiel von Grund auf perfekt für Spaß und einfaches Gameplay konzipiert wurde. Ich habe den Vertrag akribisch genau gelesen und mit Blut und er zeichnet. Ey, ich kenne keinen, der sich wirklich mal so einen kompletten Vertrag durchgelesen hat, ey. Aber, kann ich schon verstehen, dass der Genial... Oh nein! Naja, ich brauche einen Becker. Da muss ich wahrscheinlich erstmal Ingame-Währung kaufen. Ich gucke mal kurz... Ich halte mal kurz die Zeit im Auge. Jetzt ist eine Stunde Morgen. Gut! Jetzt ist eine Studende. Das heißt, jetzt machen wir einen Break. Fünf Minuten, also jetzt machen wir auch wirklich einen Break. Weiß ich nicht, gucke ich gleich, warum sich das Bett so bewegt. Arme sind ja über der Bettdecke, also keine Ahnung. So. Kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Natürlich mit Lala. Oh, warte. Das holen wir mal hier rüber. Immer ein bisschen Lala in der Pause. Sonst ist ja blöd. Den Song. Der ist stark. Und... Kurz weg. Bis gleich. atell�? Dasselbe Tunc.